Mubarak Unruhen in Ägypten seit Jahrzehnten This is happening right now Die Zentrale der Regierungspartei in Kairo brennt You can see flames Alle Welt kennt nun ein arabisches Wort Tahir, Befreiung Apokalyptische Reiterhorden versuchen Demonstranten vom Tahirplatz zu jagen Das Regime schlägt zurück mit immer neuen Varianten Gegen die Kairoer Generation Facebook Seit gestern wurden etwa 100 Menschen getötet Vergangenheit gegen Zukunft Erschreckende Szenen aus einem Land am Rande des Bürgerkriegs Über eine Million Menschen sind in Kairo auf der Straße In der Nacht um viertel vor elf tritt Präsident Mubarak vor die Öffentlichkeit Heute hätte ein Festtag der Demokratiebewegung werden können Der Satz, ich trete zurück, fällt nicht Mubarak bleibt im Amt Aber jetzt könnte er als der Tag in die Geschichte eingehen In der Kairo zum Pulverfass wurde Alles scheint möglich Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017